So ihr Lieben, jetzt seht ihr es an der Kulisse. Dreimal dürft ihr raten, wo ich bin. Auf der Burg Schwarzenstein im Rheingau. Und heute haben wir unser großes Barbecue. Wettergott hat mitgespielt. Fantastisches Wetter. Und wir kochen bzw. grillen was richtiges Schönes. Und ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Tour. Dümmer wird man hier nicht. Und lecker ist es auch. Und lecker ist es auch.